Um eine kompakte volle Krone an Ihren Feigenbaum zu bekommen oder beizuhalten, empfiehlt sich den Feigenbaum im Zeitraum März-April zu schneiden. Beachten Sie dazu die folgenden Schritte. Schritt 1. Schneiden Sie die dünneren, ein- bis zweijährige Zweige bis auf zwei Knospen zurück. Schritt 2. Schneiden Sie eventuell vertrocknete, abgestorbene Zweige heraus. Schritt 2. Schneiden Sie die dünneren, ein- bis zweijährige Frage-Win-April.